Hallo meine Freunde, herzlich willkommen wieder zu Happy Bar Barbecue mit meinem neuen Partner, dem Pferd. Wir bereiten dieses Jahr schon mal das Fun Food und Barbecue Festival vor, das wird in die zweite Runde geben vom 31.8. bis zum 2.9. Also nehmt euch da bloß nichts vor. Für alle, die die wundervolle Gegend um den Brombachsee noch nicht kennen sollten, hier ein paar kleine Eindrücke, dass ihr wisst, was euch erwartet. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auch dieses Jahr wird das ein Spaß für große und kleine Indianer. Wir werden wieder in diesen wundervollen Holztippis übernachten. Wir werden uns auch dieses Jahr wieder beim Bogenschießen messen. Wir werden natürlich auch wieder Kegeln, Torwand schießen, ein paar Leiterspiele machen. Was das Herz begehrt, es wird auch wieder ein paar verrückte neue Sachen hinzukommen. Ich denke die gute alte Wasserballonschlacht vielleicht. Aber da bleibt einfach gespannt, was ich mir da noch einfallen lasse. Wie zum Beispiel ein Wett-T-Shirt-Contest. Für alle, die das letzte Jahr verpasst haben, könnt ihr das Ganze nochmal anschauen. Und zwar auf meiner YouTube-Seite findet ihr dazu nochmal einen kleinen Rückblick. Neben drei Tagen leckerem Barbecue wird es auch jeden Abend ein großes Lagerfeuer geben. Zusätzlich habe ich mir für euch eine Überraschung einfallen lassen. Die werde ich aber zum aktuellen Zeitpunkt nicht verraten, weil ich möchte euch hier noch ein bisschen auf die Folter spannen. Jetzt ist die Anmeldung auch eröffnet. Das heißt, jeder, der einen Schlafplatz haben möchte, kann sich bei mir melden. Ich will euch regelmäßig mit Updates versorgen, sodass ihr auf dem Laufenden bleibt. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne grillreiche Zeit. Liebt euer Essen und habt Spaß am Grillen. Bis dahin. Ciao. Jolanda, auf geht's. Was ist denn da los da hinten? Neben drei Tagen leckerem Barbecue wird es auch jeden Abend ein tolles Feuer geben. Der Ball ist kaputt.